Zu dem Thema Ist Europa am Ende? gab es in ganz Deutschland bereits 24 Vorträge des ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Willi Wimmer. So hielt er am 24. März 2017 einen Vortrag in der Lutherstadt Wittenberg, wo er die Fragen des Moderators und Medienbetreibers Hagen Grell sowie der ca. 150 anwesenden Zuhörer beantwortete. Willi Wimmer stellte dabei sein aktuelles Buch »Die Akte Moskau« vor. In diesem schildert er seine Beobachtungen, die er in seiner jahrzehntelangen Arbeit als Staatssekretär beim Bundesministerium für Verteidigung sowie als Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, machte. Laut Wimmer ist die Kriegsgefahr vor allem in Europa derzeit sehr hoch. Das liege mit daran, dass die Gefahr nicht im öffentlichen Bewusstsein sei, weil die Leitmedien davon eher ablenken. Als erfahrener Experte zum Thema Geopolitik sieht Willi Wimmer im globalen Zusammenhang Europa in großer Gefahr. Dies betonte er bereits in dem Interview mit Kla.TV vom 1. April 2017. Doch sehen Sie nun das ungekürzte Gespräch zur Thematik »Ist Europa am Ende?« Liebe Zuschauer, ich darf Ihnen, der Herr Teschner hat es ja kurz schon mal getan, aber ich darf Ihnen noch mal unseren Hauptgast, unseren Gast des heutigen Abends kurz vorstellen, Willi Wimmer, langjähriger CDU-Politiker, 33 Jahre im Bundestag, damals verantwortlich für die Überführung der NVA in die Bundeswehr. Er hat ja exzellente Expertise in Sachen Geopolitik und schon immer auch ein Kritiker, also ein selbstdenkender Kritiker auch gegen innerparteilichen Widerstand innerhalb der CDU, der neuen Angriffskriege, die dann beschlossen wurden, Kosovo-Krieg, so wie er es auch ganz deutlich genannt hat. Ich möchte Sie bitten, noch mal mit einem herzlichen und großen Applaus Willi Wimmer zu begrüßen. Herr Wimmer, Ihr neues Buch, können wir das noch ein bisschen lauter machen? Herr Wimmer, Ihr neues Buch »Die Akte Moskau« stellt ja auch ein Stück weit die Frage, wie sich diese Politik entwickelt und die Frage der Veranstaltung, die wir heute stellen, ist ja auch, ist Europa am Ende? Vielleicht als kleinen Rahmen möchte ich mit dieser Einstiegsfrage mal beginnen. Ist Europa am Ende? Ich habe vor wenigen Tagen, die Frage ist natürlich nicht einfach zu beantworten, ich habe vor wenigen Tagen das gemacht, was ich in dieser Zeit immer mache, ich habe mir CNN-Nachrichten angesehen und kann jetzt eigentlich nur für dieses klassische Medium werben, für CNN und auch für BBC, weil alles das, was uns umtreibt, in Echtzeit über diese Nachrichtenkanäle kommt. Und es hat da ein Interview gegeben mit dem ehemaligen amerikanischen Verteidigungsminister Rick Perry. Der war Verteidigungsminister in der Zeit von Bill Clinton. Und die Interviewpartnerin hat ihn gefragt, wie er die heutige Situation einschätzt. Und er hat die Frage sehr klar beantwortet, indem er gesagt hat, selbst zur Zeit des kleinen Krieges haben wir nicht in einem solchen Risiko eines Nuklearkrieges gelebt, wie wir das derzeit tun. Und er hat gleich dahinter gesagt, das bedeutet für mich das Ende der Zivilisation. Jetzt habe ich ja die Zeit des kleinen Krieges, wie viele hier in diesem Raum auch, auch aktiv in verteidigungspolitischer oder sicherheitspolitischer Hinsicht erlebt. Wir haben immer gewusst, dass es intensive Kanäle zwischen beiden Seiten geben würde, um das Schlimmste zu verhindern. Und das, was wir heute haben, ist eine Situation, in der wir uns nicht mehr darüber im Klaren sind, ob es überhaupt noch Kanäle gibt. Die verhindern, dass aus welchen Gründen auch immer das, was militärisch gespielt wird, in einer Katastrophe mündet. Und wenn ich diese Äußerung von Perry als Teil für alles andere nehme, dann brauche ich ja nur auf den römischen Papst Franziskus zu verweisen, wer seit einer Reihe von Monaten davon spricht, und wer will das eigentlich bei uns hören, dass wir uns im Dritten Weltkrieg befinden würden. Das heißt, wir sind in einer Situation, die uns eigentlich umtreiben muss oder müsste, und sehen eine Politik, die im sehenden Auges ihre Beiträge zu dieser schwierigen Situation liefert. Und wenn wir sagen, was macht ihr da eigentlich, werden wir in eine Ecke gestellt, diffamiert, mundtot gemacht, und wir werden vor allen Dingen im Zusammenhang mit der deutschen Presse, ich rede ja nicht über CNN und BBC, in diesem Zusammenhang, wir werden in eine Situation gebracht, die sich meilenweit von dem unterscheidet, mit dem wir groß geworden sind, jedenfalls im westlichen Teil Deutschlands. Wir hatten eine pluralistische Presse, eine Presse, die die Meinung der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht hat. Die unterschiedlichen Positionen, die es natürlich in diesem Volk gibt, zu allen Fragen. Und wir haben seit dem Völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien eine Situation, dass Pluralismus in unseren Medien nicht mehr stattfindet. Wir werden nur noch auf Kriege getrennt. Und wenn ich mich mit der Frage beschäftige, ob Europa am Ende ist, Europa wird es möglicherweise als Landmasse noch nach den Befürchtungen von Herrn Perry geben. Aber wenn ich mich mit der Frage beschäftige, was hat dieses Land und dieses Europa eigentlich lebenswert und aus meiner Sicht auch liebenswert gemacht, dann ist das alles den Bach runtergegangen in den letzten Jahren. Und wir sollen dazu schweigen. Und ich sage das im Zusammenhang mit der letzten Vereinigung eines Bundespräsidenten im Reichstagsgebäude. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Bundespräsidenten erlebt, der eigentlich die Verfassung kennen müsste, der so für den Krieg plädiert hat und die Übernahme deutscher Kriegsverantwortung in anderen Teilen der Welt wie der letzte Bundespräsident, der vor wenigen Tagen in die ewigen politischen Jagdgründe eingegangen ist. Das muss man ja mal so sagen. Das muss man ja so sagen, wie es ist. Und um nicht hier stundenlang zu reden, will ich aber auf Herrn Grells' Frage in Zusammenhang mit dem institutionellen Europa auch eine Antwort finden. Wir haben vor einigen Wochen, ich glaube zwei, drei Wochen her, und da haben wir gehört, dass der Kommissionspräsident der Europäischen Union, Jean-Claude Juncker, Bildchen gemalt hat über die künftige Entwicklung der Europäischen Union. Und diese Bildchen machen deutlich, dass wir es zwischen den, jetzt sage ich das mal, polnischen Überlegungen aus der Europäischen Union so etwas wie eine große Freihandelszone zu machen und offensichtlich Berliner und Pariser Überlegungen über die Europäische Union zur Auflösung unserer Nationalstaaten zu kommen, einen Riesenunterschied gibt. Und das macht natürlich deutlich, dass die Frage von Herrn Grell nicht irgendwo abseits in der Sachsen-Anhaltinischen Provinz gestellt worden ist, sondern von brennender Aktualität ist. Das ist die Frage, die uns in den nächsten Wochen und Monaten umtreiben wird. Und wir wissen doch alle, wie es aussieht. Wir haben die Wahl in den Niederlanden gehabt. Wir stehen jetzt vor den Wahlen im Saarland. Wir haben die Wahl in Frankreich. Wir kriegen die Bundestagswahl bei uns. Wir haben vorher noch die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Meine Damen und Herren, die Dinge, mit denen wir es zu tun haben, hängen an einem seitenen Faden. Und wenn das so ist, ist doch dieses Volk ausgerufen, seine Meinung zu machen über das, was in diesem Land passiert. Und wo kommen wir eigentlich hin, dass wir in einer Situation leben, wo gerade hier in Halle, in Leipzig, die Jünger von Josef Goebbels und von Herrn Röhm als schwache Blocks durch die Gegenturnen und ja, was machen die? Vertreten knallhart die NATO-Linie. Das macht doch deutlich, mit was wir es hier zu tun haben. Und das ist doch ein Punkt für uns, wo wir sagen, nein, das ist ein bürgerschaftliches Deutschland. Da müssen wir gehört werden und wir legen Wert darauf, dass das auch so ist. Herr Wilmer, Sie haben ja gerade auch die Herausforderungen, die Gefahren angesprochen. Und ich möchte gerade auch aus dem Buch mal zitieren, beziehungsweise einfach nur, was Sie hier im Klappentext haben. Denn interessanterweise haben Sie hier ein Zitat von Wladimir Putin gewählt. Und das ist ja wieder auch ein Thema, wo Sie sagen, was in diesen Gesamtkontext, in diese Gesamtgefahrenlage mit hineinspielt. Und wo man, wenn man dieses Zitat hört und dann gegenüberstellt, die Berichterstattung zum Beispiel über die Krim-Krise, über die Entwicklung der Ukraine und über diese ganze, über dieses ganze Putin-Hetze, die man fast schon sagen möchte, und wo Menschen wie Sie als Putin-Versteher dann quasi diffamiert wurden, dann so ein Zitat eine andere Seite aufzeigt, man sich fragt. Hier steht Putin, zitiert ist Wladimir Putin, vom Anlass der Pressekonferenz vom 18. Dezember 2014. Ich erinnere an unser bekanntestes Symbol, den Bären, der die Taiga beschützt. Wie kommt manchmal der Gedanke, vielleicht sollte unser Bär ruhig da sitzen, nicht die kleinen und großen Ferkel durch die Taiga treiben, sondern sich von Bären und Honig ernähren. Aber wird man dann in Ruhe gelassen? Nein, wird man nicht, weil sie immer danach streben werden, den Bär an die Kette zu legen. Und kaum ist das gelungen, so werden sie ihm die Zähne und Krallen ausreißen. Im heutigen Verständnis sind dies die Waffen der nuklearen Abschreckung. Hier möchte ich das mal beenden. Sie sind ja auch sehr stark damit in Berührung gekommen, auch mit Russland, und haben natürlich dann diesen Wandel, dieses Bezugs sehr stark erlebt. Wie ist das bei Ihnen, wie haben Sie das erlebt, diesen Wandel in Bezug zur Russland-Politik? Und wie ordnen Sie das in die heutige Berichterstattung ein? Die Dinge, die mit der Russischen Föderation in diesem Kontext verbunden sind, die will ich deutlich ansprechen, weil jetzt in meinem Leben sich diese Bandbreite von 30 Jahren auch manifestiert hat. Also ich rede ja nicht über irgendwelche theoretischen Dinge, sondern über Überlegungen oder Entwicklungen, die ich selber erlebt habe. Das muss man sich, und es wird ja oft über zwölf Jahre deutscher Geschichte geredet, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass heute in den Vorgärten, wenn ich das mal so übertragen sagen darf, von St. Petersburg, wieder deutsche Panzer stehen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und es ist ja nicht nur die Frage, wir wissen das ja vielfach gar nicht, was da los ist, aber es ist doch die Frage danach, was wird in St. Petersburg dazu gedacht, in der Russischen Föderation. Das ist doch das Bild, dass die ehemaligen Feinde sich mit den ehemaligen Alliierten zusammengetan haben und jetzt gemeinsam an der russischen Grenze stehen. Und St. Petersburg ist doch ein Synonym dafür, wie fürchterlich die Geschichte gewesen ist und wie schrecklich sie letztlich geendet hat. Man muss sich doch mal auf den Gräberfeldern von St. Petersburg bewegen, um diese Dimension zu sehen. Und meine Damen und Herren, das machen wir sehenden Auges mit. Wir müssen uns schämen, wenn unsere Politik in diese Konsequenz führt, denn ich kann nicht erkennen, dass die Russische Föderation in den letzten 20 Jahren dafür eine Ursache gegeben oder geliefert haben würde. Und das macht doch die Perversion der heutigen Entwicklung deutlich. Und das sage ich gerade hier in Wittenberg, weil ich würde es mir wünschen, wenn die großen Kirchen, mit denen wir es zu tun haben, ein Wort für den Frieden, für das Recht und die Freiheit einmal finden würden in Zusammenhang mit dem Verhängnis, was sich in Europa wieder artikuliert. Das muss man mit allen Nachdruck sagen, auch mit aller Sympathie für die großen Kirchen, die wir haben. Und meine Damen und Herren, das geht 30 Jahre zurück. Ich war im Sommer 1988 als verteidigungspolitischer Sprecher meiner Bundestagsfraktion, der CDU und CSU-Bundestagsfraktion mit allen Verteidigungspolitikern in Washington. Das habe ich immer so gehandhabt, nach Washington zu fahren, weil wir damals eine Situation hatten, wo die amerikanische Regierung uns besser unterrichtet hat als jede Bundesregierung, die es in Bonn gab. Also wir kriegten alles, was wir brauchten an Informationen in einer großzügigen Art und Weise, wie das in Bonn durch die eigene Regierung gar nicht dargestellt wurde. Und wir wurden vom Flughafen nicht ins Hotel gebracht, sondern der Bus bog ab in Richtung Hauptquartier der CIA nach Lengley. Okay, da war die ganze Führungsschicht der CIA versammelt und wir bekamen etwas präsentiert, das muss man sich heute auf der Zunge zergehen lassen, weil es genau in die heutige Situation passt. Die haben uns damals gesagt, das war ja die Hochzeit des Kalten Krieges, alles das, was wir ihnen jahrzehntelang gesagt haben, vergessen Sie jetzt mal, das sind jetzt meine Worte. Alles das, was die Sowjets in Mitteleuropa machen, das ist lediglich der Schutz von Mütterschen Russland. Und das machen die als historische Konsequenz aus Napoleon und Hitler. Und meine Damen und Herren, wenn wir heute an deren Grenze widerstehen, warum soll ich vergessen, was die Amis mir im Sommer und den anderen Kollegen im Sommer 1988 gesagt haben. Das ist die historische Konsequenz. Und meine Damen und Herren, wir haben doch wenige Wochen nach der deutschen Wiedervereinigung in der berühmten Charta von Paris im November 1990 uns alle in die Hand versprochen, es gibt keinen Krieg mehr in Europa. Und das Erste, was die Amis gemacht haben mit dem Völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, den Krieg wieder nach Europa zurückgebracht und inzwischen die gesamte Nachbarschaft zwischen Afghanistan und Mali in Schuld und Asche gelegt. Das ist doch die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben. Und warum sollen wir uns da nicht drüber aufregen? Ich tue das jedenfalls. Und deswegen kann ich schon nur sagen, ich muss den Putin gar nicht verstehen. Ich verstehe uns nicht mehr, dass wir so etwas machen. Nun haben Sie auch gerade darüber gesprochen und Sie sind ja auch sehr in diesem, in dem Thema schlägt auch sehr Ihr Herz von der atomaren Gefahr. Das heißt, der Gefahr eines Atomkriegs, der immer auch trotzdem schwebt. Wir haben es lange vergessen. Trotzdem sind die Waffen immer noch da. Auch Russland sehr stark und sehr gut damit ausgerüstet. Natürlich in Fragen der Abstreckung und um sich eben auch selber zu schützen. Auf der anderen Seite wird eine Politik gemacht, eine Außenpolitik zum Beispiel, die eben diese Gefahr weit im Raum schweben lässt. Und Sie haben damals in der Verantwortung eines Planspiels, soweit ich weiß, die Verantwortung des Außenministers für Deutschland übernommen und sich dort geweigert, in diesem Szenario des Atomkriegs in Deutschland das mit zu planen oder so umzusetzen. Vielleicht können Sie mal sagen, was auch in diesem Moment, ich meine, die Leute denken immer, das ist ja nur ein Spiel und so weiter, aber Sie sind ja viel näher auch an dieser Politik dran. Sie haben direkt die Informationen von den Amerikanern, auch wie Sie gerade gesagt haben, bekommen, von der CIA bekommen. Wenn man solche Informationen hat und dann mit so einem Spielszenario damals konfrontiert wird und dann wiederum die heutige Politik sieht, was geht einem da durch den Kopf und wie entwickelt sich das? Ja, es ist letztlich immer die Frage danach, wie wir unsere nationalen Interessen sehen. Es ist nicht eine akademische Frage, dass ich das mitmache, was die NATO haben will. Das sehen wir ja ganz aktuell in den Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, über den Einsatz der deutschen Bundeswehr im Zusammenhang mit den Konflikten, die um uns herum ja nun in schöner Regelmäßigkeit stattfinden. Alle diese Entscheidungen sollen im Deutschen Bundestag getroffen werden. Und ich weiß ja, dass seit 20 Jahren versucht wird, das aus dieser misslichen deutschen Öffentlichkeit rauszubekommen und das dafür vorgesehene Parlamentsbeteiligungsgesetz so zu ändern, dass diese Entscheidungen nicht mehr im Deutschen Bundestag letztlich getroffen werden, sondern auf der Ebene der NATO durch den NATO-Oberbefehlzahber. Das heißt, das Parlamentsbeteiligungsgesetz so zu ändern, sondern dass der NATO-Oberbefehlzahber und das ist dann der amerikanische Präsident unsere Jungs und unsere Mädels als Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nach seinem Bus so weltweit einsetzen kann. Das ist die Konsequenz, wenn ich nicht darüber nachdenke, wie meine nationalen Interessen in diesem Zusammenhang aussehen. Und ich habe das ja selber erlebt im Zusammenhang mit dieser letzten großen NATO-Übung im Kalten Krieg, Vintex-Simex, Wikipedia hat es bis heute nicht geschafft, das richtige Datum mal wiederzugeben, nicht 1986, sondern 1989. Da war ich auch nicht Außenminister, sondern ich war der Befehlzahber der deutschen Bundeswehr. Ich war Verteidigungsminister in dieser Übung. Und ich kann Neugierige nur warnen, ich will jetzt hier nicht schwarzmalen oder rot oder irgendeine andere Farbe, sondern das ist die Wirklichkeit. Vor jedem Konflikt werden die Migrationsströme geplant, weil ich mich militärisch nicht bewegen kann, wenn ich die nicht kenne und wenn ich die nicht plage und nicht plane. Und ich kann hier in dieser Runde wie anderswo auch nur darauf aufmerksam machen, ich brauche erst gar nicht an einen konventionellen oder nuklearen Konflikt zu denken. Wir werden schon Schlag gelegt, wenn wir diese Migrationsströme bekommen. Also da braucht man nur in die Protokolle des Deutschen Bundestages, was den gemeinsamen Ausschuss anbetrifft, zu gehen, um zu wissen, was Sache ist. Und deswegen, wir brauchen erst gar nicht über diese Stufe wegzugehen, wenn wir konventionell oder nuklear in einen Konflikt gehen, bleibt von uns nichts mehr übrig. Und Perry hat es ja gesagt, es ist keine zehn Tage alt, Ende der Zivilisation. Und zwar nicht nur für uns, sondern für alle anderen, mit denen wir es auf diesem Globus zu tun haben. Und da ist es immer die Frage danach, von welcher, wie ist eine Regierung eigentlich bestellt? Was macht die, um unsere nationalen Interessen zu vertreten? Wir haben ja welche. Und diesmal zwischen Görlitz und Kleber, um mal die ganze Beute auszumachen. Und die NATO hat damals von uns verlangt, nukleare Waffen gegen Potsdam und Dresden einzusetzen. Jetzt habe ich ja eben was zu St. Petersburg oder Leningrad gesagt, was die Leute denken müssen. Jetzt kann ich nur sagen, was haben die sich eigentlich bei der NATO gedacht, von einem Deutschen zu erwarten, vor dem Hintergrund der Geschichte von Dresden und Potsdam, nuklear Waffen gegen diese Städte einzusetzen. Da muss, um mit Konrad Adenauer zu sprechen, hier einen Begriffen aus der Hand fallen. Und ich habe damals dem Bundeskanzler Helmut Kohl gesagt, ich mache das nicht. Ich bin raus aus dem Spiel. Ja, nein. Der Helmut Kohl hat damals keine fünf Minuten gezögert und hat die Bundesrepublik Deutschland, und das war ein einmaliger Vorgang in der Geschichte unserer Mitgliedschaft in der NATO, und der hat die Bundesrepublik Deutschland aus dieser Übung rausgezogen. Meine Damen und Herren, wir sind ein Land, dessen Interessen wahrgenommen werden müssen. Und der Helmut Kohl konnte das. Der Helmut Schmidt konnte das auch. Sie können sich ja Gedanken machen, was heute los ist. Herr Müller, Sie hatten es gerade, bevor wir auch auf die Politik weiter auch eingehen, Sie hatten auch darüber gesprochen, über Migration. Und viele Menschen haben, ich bemerke das auch gerade in der Berichterstattung, die ich mache, sind immer bei diesem Thema sehr entweder verwirrt, zurückhaltend, sagen, das hat nur was mit Menschlichkeit zu tun, zum Beispiel jetzt die Flüchtlingsströme und so weiter, das hat nur was damit zu tun, dass diejenigen, die das ablehnen, böse Menschenhasser sind oder so, oder böse Rassisten oder so was. Und Sie haben das aber auch auf einer planerischen, strategischen Ebene erlebt. Und auf einer planerischen, strategischen Ebene sind ja Migrationsströme was ganz anderes und bedeuten auch was ganz anderes. Vielleicht können Sie auch mal kurz erklären, was das bedeutet. Ja, wir müssen ja die Gesamtentwicklung so sehen, wie sie ist. Und es hat, das muss ich auch in dieser Runde sagen, alles etwas mit den Überlegungen im Zusammenhang mit der Deutschen Wiedervereinigung zu tun. Die Dinge, die 2015 oder wann auch immer gelaufen sind, die sind doch schon seit fast 30 Jahren absehbar. Das wussten wir doch, was auf uns zukommen würde. Als wir die Gespräche im September, Ende September, Anfang Oktober 1989 in Moskau geführt haben, habe ich nicht nur den Sicherheitsberater von Gorbatschow, Marshal Akromäev, zu einem 200-stündigen Gespräch treffen können, sondern auch mit dem langjährigen Botschafter der Söl-Union in Bonn mit Herrn Fahlin reden können. Und Herr Fahlin hat mir bei diesem Gespräch, andere haben das auch getan, gesagt, wir erwarten in Anbetracht der globalen Situation, mit der wir es nun zu tun haben, Probleme von der Umwelt bis zur Wirtschaft, wir erwarten eine Migrationswelle vom indischen Subkontinent in der Größenordnung von 300 Millionen Menschen, die sich auf den Weg nach Europa machen werden. Wenige Wochen vorher sitze ich mit Vertretern deutscher Stiftungen in Tokio und die berichten mir davon, dass nach allgemeiner Einschätzung in der damaligen Volksrepublik China, die wollen ja heute immer nur sagen China, sich etwa 50 Millionen Wanderarbeiter auf den Weg machen, um innerhalb Chinas Arbeit zu finden. Die müssen in jedem Jahr mindestens 6,5 Prozent Steigerung des Bruttosozialproduktes haben, um in jedem Jahr die zuwachsenden 17 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen. Das war damals für mich eine ständige Größe, weil das war die Bevölkerung der DDR, 17 Millionen. Ich wusste, was das bedeutet. So, und wenn das in China nicht mehr möglich ist, das sind inzwischen 100 Millionen, nach internationalen Einschätzungen, dann werden die sich auf den Weg machen. Ja, meine Damen und Herren, das muss man ja alles nüchtern sehen, was da ist. Und wir wussten damals genauso gut wie heute, wir leben wie eine Fettblase auf diesem Globus. Wir hier bei uns. Und wenn die Leute das spitzkriegen, machen die sich auf den Weg. Und wir haben damals gewusst, was aus Schwarzafrika auf uns zukommen würde. Und die damalige Bundesregierung, vor allen Dingen unter dem Außenminister Kinkel, zusammen mit seinen westeuropäischen Nachbarn, mit denen wir immer engstens zusammengearbeitet haben, mit Holland, mit Dänemark und mit anderen, die haben dafür Konzepte entwickelt und haben, wenn ich das mal so salopp sagen kann, gesagt, wir werden die Möglichkeiten der europäischen Gemeinschaft, das war es ja damals, nicht Europäische Union, wir werden diese Möglichkeiten ökonomischer Art auf den nördischen Rand von Schwarzafrika erstrecken und die Staaten zwischen Syrien und Marokko ökonomisch so ertüchtigen, dass sie in der Lage sind, diese Signale auch friedensstiftend nach Schwarzafrika weiterzugeben. Ein Bollberg, wenn Sie so wollen. Denn wir waren uns auch immer klar, wenn die sich auf den Weg machen, kann man sie nicht mit militärischen Mitteln aufhalten, das verbietet sich, dann ist Europa humanitär am Ende, wenn solche Bilder entstehen. Und ich kann Sie nur ermuntern, gehen Sie ins Internet, da können Sie heute nur nachsuchen und finden, was deutsche Generale gesagt haben über Grenzsperrungen am Brenner, ob die gehen oder nicht. Das liegt inzwischen 27 Jahre zurück. Das Zweite, was wir gesagt haben, das war damals Regierungspolitik, also nicht irgendwo in einem akademischen Zirkel. Das war, dass die KSZE, die ja bei uns friedensstiftend gewirkt hat, sonst hätten wir ja die Wiedervereinigung heute noch nicht, dass diese KSZE auch in diesem Raum tätig sein sollte. Das ist wegen der Interessenlage anderer aus den Schwierigkeiten einiger arabischer Staaten, Israels und der Vereinigten Staaten als Konzept zerschossen worden. Und das gab es ab Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Und das Ergebnis haben wir heute zu bewundern. Die Staaten sind nicht ertüchtig. Es herrschen Mord und Todschlag, von uns dahin gebracht. Und dann machen sich natürlich die Leute auf den Weg. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal diejenigen, die sowieso kommen wollten. Und die anderen, die wir im Bündnis in die Steinzeit zurückbomben. Und meine Damen und Herren, die Leute sagen sich da eins, bevor die mich umbringen, gehe ich zu denen. Das ist doch die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben. Und das, was die Situation des Jahres 2015 so gefährlich gemacht hat, ist doch, dass die Bundesregierung zwei Dinge gegeneinander ausgespielt hat. Die Bundesregierung ist verpflichtet, unsere Grenzen und dieses Land zu schützen. Und sie ist verpflichtet, zum Frieden in der Welt beizutragen. Ich bin ja regelmäßig geplatzt, wenn ich die Bundeskanzlerin gehört habe, mit ihrer famosen Aussage, Fluchtursachen bekämpfen. In der Zeit, als sie das gesagt hat, hat die Bundesregierung noch die Mittel für die Flüchtlingslager gekürzt, damit die Leute nur wirklich nichts mehr zu beißen hatten. Und wo sind die Bomber der Amerikaner, die wir nicht von deutschen Flughäfen mehr starten lassen? Die Drohnenmorde werden doch über Rammstein gepusht. Meine Damen und Herren, wer Fluchtursachen bekämpfen will, jetzt sage ich nicht, dass das mein Konzept ist, müsste Morden aus der NATO austreten, damit diese mörderischen Angriffe auf unsere Nachbarn unterbleiben. Das ist doch die Wirklichkeit, mit der wir es in diesem Land zu tun haben. Und da kann man nicht die Menschlichkeit, die selbstverständlich ist, gegen die Verpflichtung der Regierung, das Recht und die Sicherheit dieses Landes zu wahren, ausspielen. Und das wird in Berlin gemacht. Und da haben wir manchen, der sich daran beteiligt, von denen wir uns wundern, warum wir den über unsere Steuer noch finanzieren. Herr Wimmer, jetzt haben Sie das auch gerade gut zusammengefasst, die Motivationen für die Migrationsströme. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Druck und auf der anderen Seite einen Sog, wenn man so möchte. Also es wird quasi geschoben und gezogen. Der Sog ist quasi die Versprechung, die ja nicht nur, wie Sie sagen, von den Leuten, die schon hierher kommen wollten, existierte, sondern auch von der Bundesregierung selber, von Herrn Gauck und von Frau Merkel, die Selfies machen, die gemacht haben, die eingeladen haben, die Versprechungen ausgesprochen haben. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte sogar einen Werbefilm gemacht, um Flüchtlinge zu motivieren, nach Europa zu kommen. Das ist der Sogteil und der Druckteil, wie Sie auch schon gesagt haben, die ganzen Angriffe, Drohnenkriege und so weiter, die Angst, dort ermordet zu werden. Und jetzt gibt es natürlich sogenannte oder in der Presse sogenannte Verschwörungstheoretiker, die dort von Absicht sprechen. Und jetzt ist die Frage an Sie von der Bundesregierung oder von der EU oder von wem auch immer. Sehen Sie dort eine Absicht? Ist das eine Strategie oder ist das quasi nur ein unglücklicher Zufall? Also wenn ich die letzten 27 Jahre Revue passieren lasse und weiß, wie lange diese Probleme zurückgehen, dann kann ich doch nur sagen, dann kann ich doch selbst als Rheinländer eins und eins zusammenzählen und komme zu einem Ergebnis. Und wie man das dann diffamieren, in die Ecke stellen kann, ein solches Ergebnis. Das hat aus meiner Sicht nur was damit zu tun, dass man über die Folgen seiner eigenen Politik keine Rechenschaft abgeben will. Das ist doch die Konsequenz, mit der wir es zu tun haben. Warum Warum haben wir eigentlich im Zusammenhang mit dieser Entwicklung nie im deutschen Fernsehen, die machen ja einen Tatort und eine Verblödung, Sendung für Kochkurse, nach der anderen. Warum haben wir nie etwas mitbekommen über die dahinterstehenden Schlepperorganisationen? Wenn ich große deutsche Zeitungen sehe, die machen ja keinen Hähnter draus, dass sie investigative Netzwerke im Zusammenhang mit dem amerikanischen Außenministerium und der Soros-Stiftung nutzen, um uns darüber Aufschluss zu geben, wer schwarze Konten irgendwo geführt hat. Also wer so viel investigativen Mut in Anführungszeichen aufbringen kann, warum gehen die nicht mal hin und machen tolle Berichte, aufschlussreiche Berichte über die Fluchtrouten? Ich kann nur sagen, eine ist mir bekannt. Ich habe vor einigen Jahren mit dem Chef des argentinischen BKA, würde ich jetzt mal sagen, Bundeskriminalamtes, in Buenos Aires zusammengesessen, genau zu dieser Frage, aber in einem anderen Zusammenhang. Und der hat Aufschluss darüber gegeben, dass eine der Hauptrauschgefruhten von Buenos Aires, ich nehme an, dass der ehemalige Erzbischof von Buenos Aires und heutige Papst das auch schon mal gehört hat, ja, man muss das ja alles mal beim Namen nennen, von Buenos Aires aus über Schwarzafrika in Richtung Tel Aviv, in Richtung Rotterdam geht, die berühmte Drogenroute aus dem südlichen Lateinamerika, mit der die Drogenversorgung von Westeuropa und von Israel übernommen wird. Wenn man das nüchtern sieht und in einer meiner Veranstaltungen im Bayerischen ist ein ehemaliger Boa-Beamter, der von Europol aufgestanden hat, gesagt, das, was der Herr Lümmer hier sagt, kann ich als Polizeibeamter alles bestätigen. Über diese Drogenroute wird heute die Migrationsroute geführt. Das ist also offensichtlich nicht nur etwas, was dem früheren Erzbischof von Buenos Aires möglicherweise geläufigt ist, sondern der europäischen Polizeibehörde. Wenn das so einfach auf der Hand liegt, ja, warum sehen wir davon nichts im deutschen Fernsehen? Und meine Damen und Herren, wir werden doch zugemüllt mit Kochsendungen, das ist nur so krach. Warum bekommen wir nichts, was den öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen entspricht? Und was für uns eine Meinungsbildung möglich machen würde? Wer steckt dahinter und wer macht das große Geld mit diesen Migrationsländern? Routen, die auf der Ebene der ehemaligen und jetzt noch betriebenen Drogenrouten laufen? Das sind doch alles Dinge, wo ich nur sagen kann, kann ich, wie gesagt, als Rheinländer eins und eins zusammenzählen und sage denen, die dann kommen als Verschwörungstheoretiker, also der Josef Goebbels hat zur Vernichtung seiner Gegner auch das ein oder andere erfunden, dass ich auf das entschieden zu zurückweise. Wir haben gerade über die Medien gesprochen, aber natürlich gibt es auch Meinungen über die Bevölkerung zum Beispiel und darüber, wie man mit ihr umzugehen hat aus der Politik. und ich möchte Sie immer mit drei Zitaten konfrontieren, die sind jetzt nicht direkt Zitate, aber viele kennen das wahrscheinlich schon aus dem Internet, zum Beispiel das erste ist von Angela Merkel, die gesagt hat, man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch nach den Wahlen gilt. Zweites Zitat von Herrn Gauck war das in einer Talkshow direkt oder in einem Interview, wo er gesagt hat, nicht die Eliten sind das Problem, sondern die Bevölkerung ist das Problem. Und noch mal Frau Merkel, die erst kürzlich gesagt hat, das Volk ist, wer in diesem Land lebt. Und witzigerweise im Satz direkt davor gesagt hat, es kann nicht sein, dass sich eine kleine Gruppe herausnimmt, zu definieren, wer das Volk ist. Wie sehen Sie da noch den Bezug zum Volk, zur Bevölkerung, wenn solche Zitate gebracht werden? Also das, was die Bundeskanzleren in diesen beiden Zitaten gesagt hat, ist für mich Ausdruck von Uckermacher Landrecht. Das hat mit der Rechtsordnung dieses Landes nichts zu tun. Die Rechtsordnung dieses Landes sagt im Zusammenhang mit dem Staatsbürgerschaft Recht was ganz anderes. Ich weiß ja nicht, was da wirklich zwischen den Deckeln war, auf das der Eid abgelegt worden ist, bei der Übernahme des Amtes. Also das will ich mal auf dieser Ebene belassen, um mein völliges Unverständnis darüber zum Ausdruck zu bringen, dass eine Bundeskanzlerin, die ja die Aufgabe hat, die Rechtsordnung dieses Landes zu wahren, sich zu solchen Äußerungen versteigen kann, das kann man im Rheinland noch nicht mal voll drunken machen. Und was den ehemaligen Bundespräsidenten dann betrifft, das will ich gar nicht auf ihn zuschieben und sagen, das war Herr Gauck. Wenn wir uns große europäische Zeitungen, ich will insbesondere die Neue Zürcher Zeitung in dem Zusammenhang ansprechen, in diesen Monaten durchlesen, die verdienstvolle Genossenschaft Zeitfragen aus der Schweiz, können Sie nachlesen, Klaus-Jürgen Müller hat da in diesen Tagen darauf aufmerksam gemacht, selbst die Neue Zürcher Zeitung veröffentlicht inzwischen umfangreiche Berichte darüber, dass Demokratie eigentlich etwas ganz anderes sei, als wir es bislang verstanden haben. Ja, das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, ich gehe davon aus, dass ich Bürger in einem freien Land bin und mich dann auch als Bürger frei äußern kann, ohne schwarze Blocks zu befürchten, die mir die Scheiben einschmeißen. So, das ist die Wirklichkeit, von der ich eigentlich bislang ausgegangen bin. Aber es gibt eine Linie, können Sie in der Neuen Zürcher unter dem Stichwort Rousseaus Traum nachlesen, die sagen, wir sind als Volk noch nicht auf der Ebene Demokratie angekommen und es gibt eine Elite, die das definiert, wie dieser Weg einzuschlagen ist. Ich habe das eben durch Zufall nochmal aufs iPad bekommen und habe gedacht, du bist doch hier in Wittenberg, so ist doch auch mal der Sozialismus definiert worden und der Kommunismus auch, nach dem Motto, wir sind zwar noch nicht so weit, aber wir wollen auf dem Weg des Sozialismus fortschreiten, um den zu bekommen und dafür haben wir die Elite der Arbeiterklasse, die sagt uns, in welche Richtung das geht, um genau diesen Sozialismus oder Kommunismus erreichen zu können. Dass das dem ehemaligen Bundespräsidenten offensichtlich im Hinterkopf geblieben ist, wundern mich nicht. Aber dass eine so verdienstvolle international repotierliche Zeitung wie die neue Zürcher Zeitung sich herablässt, so einen Schwachsinn zu schreiben, das übersteigt mein Wahrnehmungsvermögen und ich will darauf aufmerksam zu machen, um jetzt gerade in der Nähe auch zu Berlin auf folgenden Punkt aufmerksam zu machen. Ich habe die Zeit ja mitgemacht, wie Sie auch, aber vielleicht in einer anderen Form der Verantwortung und muss sagen, das war die Zeit unseres Tuns und was haben wir eigentlich angerichtet. Wir waren im alten Bonn, ihr habt das auch gestern in Halle gesagt, wir waren zu 100% für unsere Entscheidungen verantwortlich. Wir waren nicht so souverän wie das heute bestehende Deutschland, aber wir haben diese Souveränität, die wir hatten, zu 100% wahrgenommen. dann ist der Maastrichter Vertrag gekommen 1992, ihre Frage, was ist eigentlich Europa und was bleibt davon über. Und nach diesem Maastrichter Vertrag und mit dem Wechsel von Bonn nach Berlin hat es eine Grundentscheidung gegeben, die uns heute umbringt. Von diesen 100% der Verantwortung in Bonn sind 20% nach Berlin gegangen und 80% nach Rüssel. In Brüssel sind sie nie in demokratischer Weise angekommen. Sie sind in die Fänge von Nichtregierungsorganisationen und Lobbyorganisationen geraten und das ist ja auch unser Unmut mit diesem Mollach in Brüssel. Aber was die Situation in Berlin anbetrifft, da brauchen sie nur in die Geschäftsordnung der Bundesregierung zu blicken und dann werden sie feststellen, dass Nichtregierungsorganisationen, die sich in Berlin bereits vorher breit gemacht hatten, bevor der Deutsche Bundestag dahin kam, einen wesentlich größeren Einfluss auf die Gestaltung von Regierungspolitik haben, als jeder, den sie in irgendein Parlament reingewählt haben. Und die haben einen solchen Einfluss, dass wir, jetzt komme ich wieder auf ihr voriges Stichwort mit der Migrationsentwicklung zu sprechen, wir gehen davon aus, dass die Zehntausenden von hoch, meistens gut bezahlten Beamten in der deutschen Bundesregierung nur wirklich die Regierungsarbeit leisten, jeden Gesetzentwurf schreiben, den das deutsche Parlament benötigt. Meine Damen und Herren, das hat es in Bonn noch gegeben. In Berlin können deutsche Ministerien noch nicht mal einen herkömmlichen Gesetzentwurf mehr schreiben, weil sie dafür amerikanische Anwaltskanzleien benötigen. Das ist die Wirklichkeit und nicht nur Anwaltskanzleien, sondern Nichtregierungsorganisationen. Im Zusammenhang mit der Migration hat es ja keine Regierungspapiere gegeben, sondern wenn das stimmt, was öffentlich berichtet worden ist, jemand aus einer Herrn Soros nahestehenden Organisation hat das Konzept für die Bundesregierung geschrieben. Meine Damen und Herren, wie vollkommen muss eigentlich ein Land sein, in dem nicht die Regierung die Verantwortung für das übernimmt, was dieses Land nun dringend nötig hat. Dafür gehören deutsche Ministerien an die Front. Und wir haben es doch im Zusammenhang mit der famosen Budapester Entscheidung gesehen. Der Bundesinnenminister wollte doch, nachdem die Bundeskanzlerin die Gesetze dieses Landes aufgehoben und bis heute nicht mehr in Kraft gesetzt hat, in Zusammenhang mit der Migration und der Öffnung unserer Grenzen. Der Bundesinnenminister wollte doch die deutschen Grenzen schützen, durch die Bundespolizei. Das hat er nicht machen dürfen. Das ist die Auswirkungen mit der wir zu tun haben und wir sollen doch, sagen wir doch ehrlich, doch nur noch sediert werden im Zusammenhang mit der Entwicklung, die seither dieses Land entgriffen hat. Wir dürfen uns doch keine Fragen mehr vorlegen, warum es dazu gekommen ist und das hat alles was mit der Überlegung zu tun. Hier wollen sich einige jedes Recht unter den Nagel reißen, über uns zu entscheiden und meine Damen und Herren, das dürfen wir nicht zulassen. Herr Wimmer, ich möchte das Stichwort auch aufgreifen. Sie haben vorhin den Sozialismus aufgegriffen und da auch einen Zusammenhang hergestellt, dass es da Ähnlichkeiten gibt in der Weise, wie dort mit dem Volk umgegangen wird. Man hat eine Vision die kann zwar jetzt noch nicht erreicht werden oder der Mensch müsse sich erst ändern und deswegen gibt es Eliten, die darüber entscheiden. Und jetzt haben wir auch hier in der Regierung Menschen, die direkt im DDR-Sozialismus gewirkt haben, Frau Merkel, Herrn Gauck, der zumindest, als er noch dran war, natürlich ein Repräsentant in gewisser Weise dieser Zeit auch war und Frau Kahane, Annetta Kahane, die mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sehr eng mit Justizminister Heiko Maas zusammenarbeitet, für die Stasi auch als ihrem Viktoria dort einen Posten bekleidet hat. Und jetzt haben wir die deutsche Politik, die scheinbar in dieser Weise agiert, jetzt haben wir die europäische Politik, wo wir wiederum, wie Sie schon gesagt haben, auch Kommissare haben, die dort die Macht innehaben und das europäische Parlament, was nicht mal einen eigenen Gesetzentwurf einbringen darf, amerikanische Anwaltskanzleien, die dann über solche Verträge wie zum Beispiel dann TTIP oder andere Einfluss nehmen können, wo man quasi eine international globalistische Politik hat, was auch wieder ein Ideal des Sozialismus, der ja mit der Internationale die Welt überrollen wollte und das ist natürlich wieder eine große Verschwörungstheorie, wenn man darüber redet, aber auch wieder offen an Sie gestellt, die Frage, sehen Sie dort eine Parallele und wenn ja, welchen Plan kann man erkennen? Also ob man einen Plan erkennen kann, das kann ich nicht beantworten, es geschieht aber auf dieser Welt nichts durch Zufall, also so viel muss ich natürlich auch sagen, ich mache mir nicht die Mühe herauszufinden, wer das strickt, ob das die Bilderberger sind oder wer auch immer, es wird jedenfalls gestrickt und es wird so nachhaltig gestrickt, dass wir die Folgen zu tragen haben und das muss man in diesem Kontext, muss man das insgesamt sagen und wir sehen es doch in der heutigen Situation geradezu mustergültig und ich habe ja eben nicht ohne Grund auf den amerikanischen Sender CNN verwiesen, wenn Sie wirklich wissen wollen, wie der Kampf und der Krieg derzeit aussieht, müssen Sie diesen Sender sehen, weil wir kriegen doch im Augenblick folgendes Bild geboten, wir haben seit vielen Jahren den Aufmarsch gegen die russische Föderation, haben wir eben drüber gesprochen und jetzt geht ein frisch gewählter amerikanischer Präsident hin und sagt, wenn Sie CNN hören, könnten Sie die ganzen Originaltöne bekommen und sagt, wir haben uns, jetzt sage ich das mal für mich, etwas salopp, wir haben uns überhoben, das ist doch die logische Konsequenz, die dahintersteht, wir wollen nicht mehr mit jedem Land Krieg anfangen, sondern wir wollen ein geachtetes Mitglied der internationalen Völkergemeinschaft sein, das sagt Donald Trump und sagt außerdem, ich will mit den Russen harte Nüsse, ich will mit denen klarkommen, das was wir doch im Augenblick erleben, ist doch, dass jeder in seiner Umgebung, der vielleicht diese Idee auch zu seiner gemacht hat, weggeschossen wird, was soll denn das Ergebnis sein, die Kräfte, mit denen wir es zu tun haben, die sind doch drauf und dran, ein Wahlergebnis, das es in den Vereinigten Staaten gegeben hat, ins Gegenteil zu verkehren, da sollen doch offensichtlich die Obamas und McCain's, also die Repräsentanten des militärisch-industriellen Komplexes, die sollen doch ungehindert ihre verhindersvolle Politik weiter betreiben können und ich weiß doch, wovon ich rede, ich war vor 14 Monaten auch zu Gast in Moskau, habe am Tisch von Vladimir Putin zusammen mit einem Amerikaner gesessen, mit dem General Flynn, das Bild ist ja im Internet verfügbar, da habe ich für mich gedacht, zum Glück sind nicht alle blöd. Als ich den Flinder gesehen habe, also da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man die ganze Entwicklung seit der Ukraine und davor gesehen hat, dann war es schon was, den ehemaligen Chef des militärischen Nachrichtendienstes der Vereinigten Staaten, mit Herrn Putin und mit mir zusammen am Tisch zu haben. Da habe ich für mich gedacht, jetzt muss der Trump nur noch gewählt werden. Ja, und er ist auch gewählt worden. Ja, dass man über den Nachrichtendienst oder den Sicherheitsapparat der Vereinigten Staaten ein Mitglied einer Regierungsmannschaft, selbst wenn sie noch nicht im Amt ist, wegschießen kann, ist für mich Krieg auf höchstem Niveau. Da wird mit allen Badagen gearbeitet. Und dann geht unsere Bundeskanzlerin, die Sie ja eben netterweise wieder angesprochen haben, dann geht die hin und gratuliert ja, als wäre es ein saurer Hering gewesen, gratuliert dem gerade gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu seiner Wahl. Konditioniert nach dem Motto, du musst dich benehmen, wenn ich auf Dauer mit dir reden will oder reden soll. Das war ja die Message. So, welches Bild ist das aber? Anstatt als Europäerin zu sagen, der, geht einen vernünftigen Weg, der uns in Europa dient, vernünftig mit den Russen klarzukommen und er kriegt unsere Unterstützung. Stattdessen geht diese Dame hin und er weckt ihnen fast öffentlich den Eindruck, als würde sie sich an den Aktivitäten der Obamas und Mckains auf Dauer so beteiligen, dass dem Donald Trump die Luft abgedrückt wird. Ja, da brauche ich dann nicht zu sagen, ich habe da irgendwelche Pläne, das kann ich im Fernsehen sehen. Das brauche ich nur durch Knopfdruck jeden Abend mir anzusehen, wie die Kampfsituation in den Vereinigten Staaten ist und ich kann nun wirklich nicht verstehen, nachdem da so noch Krieg in unserer Führungsmacht ist, dass nicht das deutsche Fernsehen von morgens bis abends Sondersendungen über diese Entwicklung machen. Denn wir wären doch betroffen, wenn es schief geht und sie tun alles in Berlin und in Washington damit es schief geht mit Donald Trump und deswegen kann ich nur sagen, das Verhängnis ist zu lokalisieren und da brauche ich keine Verdächtigungen zu artikulieren. Das sagen die Protagonisten selber jeden Tag im Fernsehen. Sie sind jetzt auch gerade sehr stark auf Donald Trump und auf den frischen Wind, der damit auch in die amerikanische Politik kommt, eingegangen und wir haben im Gegensatz dazu die Kanzlerin und auch die hiesige Politik und Bundespolitik, die sich früher auch mal darauf berufen hat, dass es ja so eine große Freundschaft zu Amerika besteht und dass man bei manchen Sachen gezwungen sei, weil Amerika das vorgeben würde, weil die US-Regierung das vorgeben würde und man hielt sich so an die Bündnistreue und diese Dinge wurden immer genannt. Jetzt plötzlich wo ein neuer Präsident da ist, kann man offensichtlich diesen Präsident Vorschriften machen und scheint der Herrscher der Welt zu sein in Deutschland. Wie sehen Sie auch gerade da diesen Widerspruch? Gibt es quasi ein anderes Lager einfach und war das vorher nur in Anführungsstrichen Geschwätz oder haben sich tatsächlich Sachen verändert? Wie schätzen Sie das? Ja, also ich kann ja aus meiner Sicht habe ja eben kein Held draus gemacht nur sagen ich finde das empören wie anti-amerikanisch die Bundesregierung sich feiert. Ich finde das empören. Das anti-amerikanisch hat mit einer nüchternen Wahrnehmung unsere eigenen Interessen und der legitimen Entscheidung des amerikanischen Volkes nichts zu tun. Und ich haben die sind ihnen doch genauso geläufig wie mir. Dann ist Donald Trump gewählt die Bundeskanzlerin quält sich zu dieser Erklärung durch und dann kommt der Amtsvorgänger von Donald Trump immerhin noch ein ampe finnischer amerikanischer Präsident und macht irgendeine Form von Kriegsrat in Berlin zu welchem Zweck? Und wenn man sich fragt warum Europa auseinander fliegt liegt das natürlich auch an dieser Dame jeder deutsche Bundeskanzler den ich in meinem Leben kennengelernt habe und das waren viele hat größten Wert darauf gelegt nie einsame Entscheidungen in Europa zu treffen was die Bundeskanzlerin im Zusammenhang mit der Migrationsentwicklung so gemacht hat dass die Briten Europa verlassen muss man ja nüchtern sehen so und in Berlin wird dann so ein Kriegsrat mit einigen wenigen durchgezogen wenn ich in Polen sitzen würde im Rheinland sind ja genug Polen im Ruhrgebiet noch viel mehr also die liegen mir ja nach wenn ich in Polen sitzen würde dann würde ich sagen was soll das da in Berlin und ich hätte Verständnis für die Polen wenn sie es sagen würden und sie sagen es aus gutem Grund das sind alles Dinge wo wir jeden Tag erleben dass die Berliner Politik die mit diesem Namen verbunden ist die Substanz dieses Landes zur Disposition stellen und das haben wir nicht verdient und das steht dieser Dame auch nicht zu Nun haben Sie gerade schon die Polen erwähnt und es gibt ja auch viele andere europäische Völker die davon betroffen sind oder ein Spieler in diesem Spiel sind beziehungsweise fast alle sind betroffen wenn wir an Frankreich denken an Polen an Ungarn zum Beispiel Griechenland als Route Großbritannien auch als Route oder als Ziel vieler Migranten und natürlich die Türkei die jetzt nicht direkt zu Europa gehört aber die eben auch wie jetzt eine sehr starke Position gegenüber der EU einnehmen kann und auch einnimmt wie sehen Sie da auch die verschiedenen Interessen Also wir können ja über diese Dinge reden wenn irgendwelche Bücher geschrieben werden oder wenn Regierungspapiere auf den Tisch des Hauses kommen aber es gibt immer noch eine andere Komponente die man auch in Rechnung stellen muss vieles vermittelt sich nur gesprächsweise unter Leuten mit denen man reden kann und wenn man auf die verhindersvolle Politik zusammen mit der Türkei zu sprechen kommt ist eigentlich unter kundigen Tebanern in Bonn und Berlin immer geläufig gewesen dass wir die Diskussion Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union nur bekommen haben weil die Amerikaner das wollten das hatte mit uns nichts zu tun so und jeder der das in Berlin wusste der wusste in Bonn auch oder in Berlin wusste natürlich wenn wir da mitmachen kriegen wir ein überdimensioniertes amerikanisches U-Boot in die Europäische Union so wird ja Politik gemacht und daraus ergibt sich auch manche andere Diskussion darüber dass viele das bei uns nicht gerade für die optimale Lösung gehalten haben wir sind im Zusammenhang mit der türkischen republik sagen wir mal in einer nicht immer einfachen Situation gewesen jetzt spreche ich das mal auch bewusst historisch an um deutlich zu machen in welche Komponenten das dann geht 1916 haben die Entente Mächte England und Frankreich das berühmte Seix-Picot Abkommen geschlossen zwei Diplomaten Geheimnisleute die sich da getroffen haben mit der Aussage über die spätere Heimstatt für die Jugend über Israel und dann sind die der amerikanische Präsident das ist aus russischen Architen bekannt geworden der amerikanische Präsident der deutsche Kaiser der Zar sie sind gefragt worden wie sie dazu stehen Wilhelm der Zweite hat damals zu seinem türkischen Bundesbahn gestanden und das Ergebnis ist bekannt das hat auch etwas damit zu tun gehabt dass im Vorfeld des ersten Weltkrieges weite Teile der jüdischen Gemeinschaft auf der Seite des deutschen Kaisers stand auch schon in der Abgrenzung zum russischen Zaren das kann man alles gut nachlesen ich erinnere in diesem Zusammenhang an das Buch von David Fromkin der The Peace to End All Peace der Friede der Friede der alle Frieden beenden sollte dann wissen sie was eigentlich in dieser Zeit die Geschichte bis heute bestimmt das Punkt Nummer zwei in den 60er 70er Jahren hat es in der türkischen Republik große Auseinandersetzungen mit den Kurden gegeben und die kurdischen Großgrundbesitzer in den kurdischen Gebieten haben mit der türkischen Regierung gemeinsame Sachen gemacht und haben dieses kurdische Aufstandsgebiet Diabakia und Umgebung platt gemacht ich kenne dieses Gebiet bin über dieses Gebiet geflogen wenn sie da drüber fliegen Kilometer um Kilometer sie sehen nur bogene Getreidefelder und die Dörfer und die Städte und die Gutshöfer die sind alle platt gemacht worden 3000 Städte Gemeinden Gutshöfer die Kurden aus diesem Gebiet zwischen Diabakia und der irakisch-syrischen Grenze sind gezwungen worden entweder nach Izmir nach Istanbul oder nach Stuttgart oder nach Köln zu gehen wir sind also insoweit als Deutschland Auffang Gebiet für innertürkische Auseinandersetzungen gewesen und das muss man natürlich alles das berücksichtigen wenn wir es mit der türkischen republik zu tun haben und den Dingen die in diesen jahren laufen wir haben eine Historie was die türkische republik anbetrifft ob sie nun Osmanisches Reich oder was er immer gewesen ist und wir müssen sehen dass das Auswirkungen hat also auch gerade diese diese entwicklung die sie gerade beschrieben haben im zusammen mit der türkei und auch mit den anderen europäischen Staaten machen ja auch wieder die die frage die wir am anfang gestellt haben ist europa am ende sehr brisanten frage wir sind darüber gegangen dass verschiedene europäische staaten andere interessen haben die sich durch auch kommunikations probleme nicht mehr so verein lassen wir haben festgestellt dass es menschen gibt oder politische gruppen gibt die hier offensichtlich jenseits des volkswillens regieren jenseits des volkswillens bestimmen wir haben schon auch darüber gesprochen dass die dass die medien ein anderes bild vermitteln und man offensichtlich nicht mehr die demokratische kultur die sie auch noch eher kennen das der freien meinungsäußerung hat damit haben wir quasi schon ein stück weit die die randdaten des patienten europa festgestellt wo sehen sie vielleicht auch die entwicklung vielleicht auch in dem bild gibt es die ja das ist immer auch eine frage die jeder unterschiedlich beantwortet ich habe im jahr 2001 oder 2002 meinen mitarbeitern im büro gesagt ich habe ein ganz komisches gefühl wir werden gar nicht mehr als staatsbürger benötigt sondern höchstens als steuerzahler und als konsument und jetzt will ich nicht wiedergeben mit welchen beiden warte und persönlich keiten ich das ein paar jahre später erörtert habe das merkwürdige ist ja dass ich eigentlich auch bei veranstaltungen wie diesen niemand empfinde der sagen wir spinnerte vorstellungen von einem anderen land hätte sondern die leute wollen eigentlich alles das haben und umgesetzt sehen was der verfassung dieses landes entspricht und ich weiß doch wie ich seit dem Januar 1989 hier unterwegs gewesen bin oder Januar 1990 hier unterwegs gewesen bin und darauf aufmerksam gemacht habe wir wollen den rechtsstaat da wo früher DDR war da wollen wir den rechtsstaat hinbringen das grundgesetz das haben wir gemacht und jetzt gibt es in berlin welche die sagen das interessiert uns alles nicht dann haben wir so äußerungen wie sie sie eben wieder gegeben haben da kann ich nur sagen man oh man dass man das in einem Leben alles erlebt ist erstaunt genau also vielleicht auch noch mal als letzten gedanken bevor wir dann auch zu den fragen kommen noch mal die Frage gestellt sehen sie auch so ein Stück weit den Weg raus also einfach nur also mir fällt da nicht viel ein bis vielleicht den Hinweis auf die nächste Bundestagswahl hier wird ja auch nicht gewählt das wird ja in Sachsen in Saarland Nordrhein-Westfalen in Schleswig-Holstein wird gewählt aber hier nicht hier ist ja gewählt worden in Anbetracht der Probleme mit denen wir zu tun haben über die wir heute auch gesprochen haben ist das entscheidende dass wir keinen Krieg bekommen das haben Sie ja Herr man kann über vieles mit sich reden lassen aber Sie müssen sich bei dieser Bundestagswahl genau ansehen wer für was steht und gestern in Halbe bin ich gefragt worden da kam diese Frage auch und dann gab es im Publikum Überlegungen wer steht denn für eine solche Haltung und da kann ich sagen das macht auch das Merkwürdige in dieser Bundesrepublik Deutschland aus ich kenne zwei Leute denen ich das abnehme dass die genauso denken wie ich die eine ist die Sarah Wagenknecht und der zweite ist der Oskar Lafontaine mit die ich weiß warum ich das sage Oskar Lafontaine und mich verbindet die gemeinsame Ablehnung da sind wir beide darüber im klaren die gemeinsame Ablehnung dieser Kriegspolitik seit dem Völkerrechts Widerhinkrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien ich habe dem damals einen langen Brief geschrieben und er hat auch darüber in einer Publikation berichtet als ich die Entwicklung auch ins zukommen sah und man kann ja sonst wählen wen man will gar keine Frage aber wir müssen mit aller Sorgfalt in den nächsten Monaten darauf achten wer zieht an Strippen die für uns verhängnisvoll werden können obwohl wir heute Abend darüber gesprochen haben und dann muss man seine Entscheidung treffen und das Merkwürdige in diesem Land und manchmal macht das dieses Land auch sehr sympathisch in entscheidenden Fragen insoweit bedauere ich dass der Peter Gauweiler nicht mehr im Deutschen Bundestag ist hat dieser glänzende Jurist mit der Fraktion Die Linke und ich war dann auch beteiligt vom Bundesverfassungsgericht geklagt wenn es darum ging dass schon wieder mal die Verfassung unseres Landes missachtet worden war das heißt wir haben eine Situation im Deutschen Bundestag die ist manchmal interessant aber sie muss gelebter werden weil die Probleme unseres Landes auch viel größer sind Vielen Dank So liebe Zuschauer damit kommen wir langsam zum Ende der Veranstaltung wir haben das Jahr das Jubiläum der Reformation wir sind in sehr turbulenten Zeiten und manchmal braucht es eben auch geradezu historische Politiker die mit einem jahrzehntelangen Verdienst und eben der Kenntnis der Geschichte direkt vor Ort uns daran erinnern in was für Zeiten wir leben worauf wir vielleicht auch achten sollten und worauf wir vielleicht auch wieder unser Augenmerk richten können und da ehrlich drauf schauen auch wenn uns die Medien etwas an ich möchte Sie bitten dass Sie noch mal einen riesen Applaus für Willi Wimmer spenden Riesen riesengroßen riesengroßen Dank Herr Wimmer dass Sie da waren und dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben liebe Zuschauer auch wenn Sie gerade noch mehr dazu erfahren wollen auch aus viele historische Geschichten oder viele Geschichten die er auch selber erlebt hat im Buch die Akte Moskau die er jetzt noch nicht erzählt hat auch selber schon drin gelesen vorne auch zu erwerben und natürlich auch die Möglichkeit hier auch noch mal den Dank für die Veranstaltung zu zeigen ich möchte mich auch noch mal herzlich bedanken bei Dirk Teschner der die Veranstaltung möglich gemacht hat und das Team hier vor Ort bitte noch mal einen Applaus auch noch mal ein riesen Dank an das Filmteam von klarTV und die evangelische Kirchengemeinde die das hier möglich gemacht hat auch dafür bitte noch mal einen Applaus mein Name ist Hagen Grell ich danke Ihnen recht herzlich dass Sie hier waren und bis zunächst mal vielen Dank und einen schönen Abend noch Applaus Applaus